1 was geht ab Nico fickt wir sind wieder auf ich glaube ich alle Uuuu Breakfast Uuuu wer wird hier weggefickt? also wir auch ich kenn die Strecke nicht ja ich auch nicht oh mein Gott oh mein Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Alter das hat mich das hat mich 40 HP gekostet Alter Erik du bist so eine du bist so eine hässliche Hure ich kann nicht mehr fahren ich hab keine ich hab dich nicht in den Juri du bist nur erst gekommen Juri du hast Kemp zu halten Alter Leon diesen Kemp ist hier nicht schon vorbei aber gut Erik Alter ich hab grad ne Dauer ich hab grad ne Dauervidration zwischen meinen Leon oh man ey Erik hat mich einfach runde gemacht auf drei Reifen Erik hat sich runter gemacht ja das ist aber das einzig richtige dich runter zu machen Richtig Richtig aber ich hab besser noch absichtlich auch selber runter gemacht ich dachte ich dachte schon Alter wer macht denn sowas fährt der absichtlich rückwärts oder was macht der da ja absichtlich nochmal in euch reingeklattert nein ich mein Erik in den ich ja voll reingerast bin ja ich stand halt falsch rum und da muss ich mich halt drehen ja und dann fahr ich halt voll rein ja richtig okay Sprung huiii kamma um die Ecke bei mir ist auch schon noch hopp ne ja gut Alter AAH oieieiei besser hey sollen wir nicht nochmal Server rechnen weil wir können hier nur drei Maps fahren oder? nein die drei Maps die meinsch mit drei Maps waren wir haben immer nur drei zur Auswahl dann als nächstes ja ja die sind zufällig ausgewählt ich dachte ja ok ich dachte man kann immer nur zwischen diesen drei Sachen wählen Juli so ist alle drei schon raus bis auf dich mit Hoffnung in dich ich fahre wir noch ja nicht so meine ich ja eben hä ich bin die sechste das war doch vorher gemacht ich verkehren wieder nach hier wo ich nervisch ey du bist mir nicht kernbehindert du bist mir nicht kernbehindert das ist mein Platz so deine Pisskarre Nico ist Cut of 6 ja ja ich stehe auf 6 so drehen aber links drüber und treibt es links drüber und treibt es das huiii aber das war auch mal knapp der x-main ist kein Bono berechnet so kummer da waren vier Sekunden also ob das knapp war du hättest er anhalten müssen du hättest dich direkt vor ihm setzen müssen und bremsen müssen die scheiße weil er hätte ihn rausgemacht ich hab mich ja umgedreht meine Güte pfff warum ok Leute damit ganz herzlich willkommen zu Wreckfest ok davon ist Nico wir haben noch Erik dabei und Leon und ich hoffe Nico geht mir nicht so sehr auf den Sack denkst du du da ist Erik oh hi Erik 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 du bist leon erik er hat es nicht verdient oh mein gott scheiße scheiße ich bin alter ich bin tot ich bin tot man das ist eine super erste runde eine super erste runde erst mal was trinken juli juli au na toll mein motor und mein getriebe und mein reifen und meine bremsen was ist bei mir eigentlich auch ich hab drei nico was machst du da alle warten und wo kommen die denn von links oder von rechts komm komm hier kommen die ersten ja seese komm da hinten in der ferne da kommt doch mal ein zweiter da kommt doch ein zweiter da kommt doch ein zweiter Bus da geht das war's okay das war's oh der kommt der zweite Bus oh der kommt der zweite Bus ja danke danke alter der die Uschi hat kein Leben mehr 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 was alter was zum Teufel nico siehst du das das Auto wo da voll in dich reingerast ist hier das weiße da kommt gleich Leon gleich kommt Leon nein tut nicht ich werde mich grad von den Bus abfickt worden weil der Weg ist ein Gegengefick komm fach auf weil du Depp ey das ist ein das ist ein Bot nein der schrubb ist nicht drauf der schrubb ja nico was machst du da das ist nett warum ne der fährt in die Gegenrichtung das ist doch aber erlaubt du Held nein ja nicht so nein ist das Wreckfest ja weil ich sage erlaubt wie kann ich den Chat öffnen leon wie kann ich den Chat öffnen kann sein dass nicht alle hier durchkommen ich habe bis jetzt ich habe ein anderes fahrzeug sind alle tot wirklich ich werde zweiter mit dem bus wirklich ist das euer scheiß herz und ich muss jetzt noch drei runden ist doch scheiß egal ob der entgegenrichtung fährt es ist weg fest und kannst dann gegen richtung fahren das ist nicht voll nico der hat noch zwei leben erst tot der stunde der hilfe ich werde zweiter mit dem fach in egos und er möchte jetzt sein oder das ist das ist ja voll die langweilige erste runde nico wenn du so weiter machst du wirst du noch erster er hat nur noch er hat nur noch drei räder ja habe ich auch ja der fährt wird super langweilig würde ich jetzt erstmal jetzt zwei runden oder du siehst den gleich vor dir macht den weg ich konnte vorhin fast nicht fahren mit drei rädern warum kann der so schnell der macht sich selber oder dem der hat schon geworden wie der hat schon gewonnen der ist durch das ziel er ist fertig oh lol ich muss nur noch fertig machen wo ist meine scheiß maut verdäuner 1 ich glaube da kann noch ein bisschen drüber sich ein timer wann ja ja wie könnt ihr das sehen einfach komplett aus oder was ja wie mache ich das an ja da habe ich nur da habe ich nur und dann was da kann es geht dann bin ich dann bin ich in den hauptmenü ach so er doch wirklich beenden nein zeit plus zwei runden du lagst zwei hübschen hübschen ja na gut na gut oje der anderson alter wieso habt ihr alle in schulbüssen juli wo bist du hallo juli erik da ist juli guck mal ja nee hey warte mal jetzt äh moment du fährst hier nicht vorbei hallo alter juli nein alter was passiert hier was passiert hier was passiert hier alles los er hat ruhig er hat ruhig er hat mich braun wieder hallo ach weil mir zeig ich dir grad nicht an ja ergerückt mal oh da bin ich vorhin gestorben an der ecke ich glaube diese bestimmten sind alle hintereinander oh gott diese kurve hier oh da war ein bus jetzt hinter der kurve wo die karte oder in die karte alter als ob ihr mich jetzt weg finden möchtet hier im straßdienst hallo 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 ich hab mich an die salse kann ich die kamera drehen ne oder oh gott ich bring mich vorher noch selber um hallo 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 war das ein juli eric hallo 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 Ich glaub, da kann man ihn tun, aber er ist abzeit gekommen. Boah, Alter, den hab ich... Ihr seht doch nicht. Jo, die Idee ist schon noch. Wieso liegt ihr zu viert da auf der Strecke? Zu dritt. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Wie viel schwul? Hi, ich muss mal die anderen hier ein bisschen doch zerstören. Wo seid ihr? Nehmen wir jetzt her, guck. So, der nächste. Ich lieg mein Schwab. Wo ist Niko? Warum ist Niko da? Das frag ich mich auch. Hallo, hallo. Wofür hat er aber ihn gegengesetzt? Donk. Oder? Bist du mir gerade entgegengekommen? Donk. Donk. So nicht. Ich bin gleich am Arsch, aber gut. Moment, ich stopfe das Loch hier so. Bleib stehen, Niko, bleib so stehen, bleib so stehen. Ihr seid so behindert. Was macht denn die Autos? Der rammt den mal nicht hoch. Der ist da jetzt fast down. Oder der andere auch. Der ist zum Beispiel auch eher. So, und der ist jetzt auch weg. Ich wusste, wie bei Reset nämlich auch mal fahren kann. Ey, ey, nein, 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 nein. Alter, haltet den! Haltet den! Haltet den! Der auch. Halt den drauf. Egal. Egal. Alter, guck mal. Ich lieg nach rechts. Zwischen dem Grünen und dem Weißen. Wo? Oh. Da kühlt schon der Nächste wieder an. Alter, ihr seid so doof, ey. Ganz ehrlich. Ey, was macht der? Der setzt dich zurück. Ja, aber da hast du halt... Ey, Niko, vorsichtig. Ich muss gleich down. Ja, das... Mann, hoi! Komm, Niko, fahr voll gegen Erik. Wo ist er? Nein, da verpiss ich mich vorher. Ich warte hier. Ich pisse mich auch mal. Ich warte. Nein! Wer? Komm, Niko. Niko, tu was... was du möchtest. Ich fahr jetzt mal ein paar Runden. Ich warte. Oh, nee, der ist hoch! Oh, nee. Schade. Das waren vier Runden. Nein! Boi, wie geht's? Erik hat mich voll weggefickt, Mann. Ich hatte nur noch 18 Leben und dann kommt Erik und so... Pfff! Jawoll, Niko, erst mal auf den Fall. Auf! Auto deutlich künftig als flüssig. So, ich fahr... Ich fahr jetzt mal meine zweite Runde. Oh, fuck me. Die... Ja, ich bin grad noch... Ich bin grad noch so gefritten worden, ja. Hallo, Niko. Hi. Das funkt sich erstaunlich gut, möchte ich hinzufügen. Die müssen eben auch so verarschen, alle. Was machst du? Dein Motor brennt. Deine Reifen sind nicht mehr irgendwo dran angeboten. Äh, als ob ihr alle noch lebt. Nee, lol. Gut. Ja. Ja, ich lebe noch. Welcher Platz bin ich? Letzter Wow. Plus drei Runden. Plus vier Runden. Oh, Mann. Gott sei Dank ist Erik unter mir. Das ist genau so, ist richtig. That's what she said. Jetzt bin ich über dir. Das mach jetzt. So. Oh nein, ich sehe schon das Spiel. Oh Gott, da ist noch ein Truck. 3, 2, 1. Nee, hä? Wreck weg! Gott sei Dank bleibt in die Schuhe stehen. Krass, Erik. Stell an Erik vorbei. Ach, schade, zu spät. Was geht denn jetzt los? Leckt's nur bei... Leckt's nur bei mir so extrem, oder? Bei mir ist alles groß. Bei mir geht's gar nix. Alter. Ich fall doch schnell weg. Alter, wollt ihr mich eigentlich alle verkack eiern, Mann? Mit Legs meinte ich Server Legs. Nein. Wow. Woher kriegst du die aufs Maul? Oh nein, bitte nicht. Hat ich von mir oder was von dem... Im Truck. Was für ein Truck? Da ist ein Truck! Hahahaha. Hahahaha. Alter, der Truck ist einfach an mir freigefahren. Also ihr müsst es... Ihr müsst es sehen. Bei mir steht immer noch die 1 am Anfang. Bei mir ist das Spiel doch nicht gestartet. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Moment, Moment. Ich kenn die Strecke aber in die andere Richtung. Was ist das für ein Fake? Das ist Fake! Was ist Fake? Du bist Fake! Du bist Fake! Ich kenne dich Strecke! Aber... Was ist das denn, Mensch? Also... Ich kenn dich Strecke aber in die Richtung. Ja und? Ja und? Ja und? Hallo Erik! Bei mir ist das Spiel, ob ich kenn noch immer, das gestartet. Ich hab ja gar nicht gleich so weit von der Strecke. Ich kann's da fahren und so, aber das Spiel ist noch nicht gestartet. Das ist doch geil! Ich kann noch... Es geht nach links! Wie viel noch seid ihr grad? Bin ich grad... Bin ich grad Beste? Nee. Der Beste. Nein! Von uns! Ich ist da nicht loswerden. Ich bin 13. Da kommt ein Bus! ich habe immer noch die 1 aber ich habe mir aber nicht entgegen das heißt die fahrt normal ja ich gerade schon ja aber ich weiß er und wählen will auch alle leon ich verstehe gar nichts spiel ist so laut dann macht es leiser ja aber ich bin da alter was macht denn hier ich bin ich wahrscheinlich ja ich bin der schwarze kommt was geht denn hier ab dieser schwarze steht ein auto sagen wir juli gibt kein gas was ist los motor kaputt auch der computing glaube ich oder ja ich komme da ja ja fahr du mal weiter ich warte immer noch auf juli ja jetzt glaube ich da kommt ich glaube ich weiß was ist ein x wer ist der helft auch was fährt mir hinterher Oh, oh, Erik ist hinter mir. Nein! Haha. Nein. Warum ist da ein Bus? Warum sind da Busse? Das sind... Alter, der Manu ist fast down. Jetzt reicht es mir aber. Ich habe Juli gut gehitert. Also ich bin zufrieden. Alter. Nicht auf. Vielmehr Juli hat mich selbst gut gehitert. Ich habe nur noch 10 HP. Oh, da bin ich drüben. Juli, wo bist du gerade? Ich glaube, ich bin... Ja. Da nicht. Da auch nicht. Alter. So, jetzt muss ich aber hier... Hallo, Erik. Die Straße ist noch hier. Ja, warte, ich bin da... Oh, fuck. Weil der erste ist schon durchzielt durch. Danke. Ah, da kommt ich noch. Juli. Hä? Kommst du da? Da kommt Juli. Nein, nein. Ich möchte einmal beenden. Ich habe das auch demodiert. 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 Alter. Alter, er lebt 5. Juli eigentlich. Ich bin tot, du Held. Nico hat mich tot gemacht. Ach, oh man, Nico. Dann fahr ich noch ein paar Runden. Dann fahr ich auch weiter. Ja. Hallo, lieber Wolf. Bis mit Frank Fast. Jetzt bin ich 11. geworden mit Nico. Und Gott sei Dank ist der hinter mir. 16. Okay. Wir auf einen anderen Server gehen, weil ich kann hier halt nichts tun. Ich kann nichts anderes aus der Welt. Weil die Zeit so schnell anvollziehen. Genau, deshalb würde ich jetzt sagen, das war die erste Folge hier von Redfest. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao. Äh.